WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Morbus, ich bin sehr enttäuscht. Du hast die Götter gegen mich aufgehetzt. Moment, hier. Er ist tot. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist er gestorben. Was soll dieser Unsinn? Ich versichere euch, das ist alles nur ein unglückliches Missverständnis. Du wirst verbannt. Verbannt? Auf die Erde. Erde? Ist das ein Problem für dich? Das ist Falter! Gnade! Danke, Kunkhüter. Danke, Kunkhüter.